Fünf Jungs allein in Lissabon. Was geht ab? Ich bin gelass. Eine coole Socke. Fantastisch. Urlaub ohne Eltern. Schon schön, ne? Wow. Jungs-WG, doch haben wir geiles Essen. Ja, wir müssen vor allem viel haben, weil wir fünf Jungs sind, die alle Hunger haben. Bananen, wichtig. Äh, Nüsse. Wir nehmen einfach irgendwas. Step number three, Frankfurt. Die Jungs-WG, Abenteuer Lissabon. Montag bis Donnerstag, 20.10 Uhr, neu für dich bei Kika.